damit willkommen zu minecraft material energy hoch hoch 4 mit dem flash mit centoos hallo warum ich das eben so gesagt habe keine ahnung das hat mir so generell vor dass wir den material energy 4 machen und da sind wir jetzt auch und ich glaube mir erstmal hier was warum machen du sachen hier hinten ist auch noch einer hier habe ich durch die explosion gesehen gehabt er er wollte hier in spawnpunkt setzen hat ein bett gesetzt und dann hat er das gemacht hat container wo konnten die noch mal rein auch in der kurzungsleiste so was ich jetzt erst mal machen wird ist das buch automatisch abspielen lassen kann ich mir das rausklauen dass wir wollen packt schnauze lasst mal erst mal das buch bei dir auch automatisch abspielen welches buch kannst du ja labern lassen mit all the dirt creepers and desert spiders withered away from my chemicals i was able to travel to the end and use my polytool on the dragon portal with unexpected consequences now i gaze into the black hole in front of me i see my eyes staring back in my reflection caught in a place i never thought i would be the edge of all space and time everything has changed and now getting home seems like a luxury i can no longer afford my only desire is to escape this place and be free from the whirling infinite beyond me nachdem nachdem ja schön schön nja los 1 space erste quest öffnen äh und force kompass 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 und äh Warte mal, ich nehme mal das Pack hier. Ich glaube mir ist gerade das Pack. Big Button. I talk where the player needs space, I don't know, items, bla 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 bla. Keine Ahnung, ich kann ja eh kein Englisch. Hier ist noch ein Helm drin. Ein Redstone, ein Big Button, ein Washer. Was ist das? Warte mal. Ähm, keine Ahnung. Dumme ist... ...Azithisk Wash, keine Ahnung. Ähm, ja. Äh. Ich weiß nicht wie das hier läuft, ob man hier diesmal kaputt machen kann oder nicht. Aber da hat er zumindest ja nichts von gelabert, ne? Weil wenn? Ich will hier... Obwohl, wir haben die Blöcke hier. Normalerweise müsstest du eigentlich irgendwie auch hier... Nimm mal... Wir haben hier... Nimm mal nicht alle, nimm mal nicht alle, falls du stirbst. Nimm mal nur paar mit. Nimm mal nur so 10 mit oder so. Hälfte du, hälfte ich. Okay. Ich... Ich geh einmal hier hoch. So, ich lass jetzt schon ein paar Blöcke hier drinnen. Ganz ehrlich, ich kenn mich. Immer nur so 10 mit. Naja. Und hier hinten haben wir ne Kiste. Unten ist auch was. Mit 3 Reward Bags. Äh, da hinten ist ne Tür oder was ist das? Das ist ne fliegende Truhe da hinten. Okay. Okay, das war eh voll Verschwendung mit den Blöcken, aber naja. Ja. Ja. Hier, warte mal. 2 Bags du, 2 Bags ich. Okay. Wir teilen ja wieder auf. TZ. Ah, ein Boden Cleaver. Oh ne. Und eine Throwing Chest. Alles klar, ich hab 10 Blöcke von den, von den Lovely Blöcken und 10 und vielen Stack von den Rosen. Wir müssen halt wieder gucken, ob hier auch wieder die ganzen Kisten sind. Ja, genau, stimmt ja. Und runter bauen müssen wir uns auf jeden Fall auch noch. Ja. Ich frage, wie kommen wir runter? Ah, jetzt wird, jetzt wird ne Spitzhackel gut. Ne, meine Hand ist auch gut. Ja, toll. Ja, da fällst du gleich runter, Vorsicht. Ich hab mir die Map hier schon mal angeguckt vor langer, langer Zeit. Da musst du gleich aufpassen. Ah. Irgendwo weiter unten. Das war wie ein Board Pack und ein Hard Container. Ja? Ja. Nein. Das ist meiner. Ja. Schön für dich. Noch wieder einen mehr als ich. So, ich hab jetzt ne. Na, guck. Schlitz, Schlitz. Okay, weißt du, wie wir runter kommen? Ne. Treppe runter bauen. Ja, aber wahrscheinlich musst du generell hier vieles kaputt machen. Ich schmeiß erstmal die Blöcke rein. Oh, die brauchen aber extrem lange. Machst du denn? Lass aber Wasser runter fließen. Oder so, ja. Ist das viel sinnvoller. Ja, Wasser runter fließen lassen. Ja, toll, dass du. Ne, ich hätte jetzt die drei Blöcke jetzt zerstört. Ja. Schön, mach das doch so. Mach das hier, wo das Wasser direkt runter fließt. Ja, da müssen wir so ein... Oh, die kann man sogar auch sammeln. Okay. Hopp. Tschüss. Hehehe. 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 Du weißt echt nicht, ob wir hier kaputt machen dürfen. Mal eins. Was ist da drinnen? Reward Bag und Hartkanister. Okay. Schönen wir den Hartkanister. Ja, aber wie wär man sonst dran gekommen, ganz ehrlich? Ja. Von unten drunter irgendwo? Vielleicht bauen oder so. Ich hab keine Ahnung. Ja, bestimmt. Ähm, ein... Neatwack Heatschild. Okay. Block. Ach so! Oben die Leiste, ne? Ja. Waffe und... Also da kannst du ein... Und deine Waffe... Das ist das neue, ne? Aber wie kannst du die denn ausrüsten dann? Äh, irgendwo konntest du die ausrüsten. Hab ich auch schon gehabt. Äh, da hinten auf das Schild. Da, wo das... Ich weiß nicht, wie du die ausrüsten kannst. Keine Ahnung. Ja, ne. Ich mein aktivieren zum... Benutzen. Keine Ahnung. Äh, ja. Ich glaub... Weiter ging das hier nicht. Ah, wir müssen jetzt noch controls. Wir müssen halt die Quest machen. Hoppa. Eins, zwei, drei. Egal, kann man ein bisschen zwischen Lagerplatz noch. Wollen wir was hinschmeißen noch. Ja, klar. Wir sollen Kompass und... Ne Uhr haben. Ja, wo gehen wir denn her? Das ist hier gute Frage. Frage ist... Was haben wir da hinten drin? Auf dem fliegenden Block. Das werden wir gleich herausfinden. Dann bau dich... Bau du dich da mal rüber. Der ist ein bisschen weit, ne? Ja, wir haben aber genug Flöcke. Du darfst halt nur nicht runterfallen. Das ist gar nicht, man. Du konntest auf den Rosenbüschen auch laufen, ne? Ja, ja. So muss ich die Rosenbüschen mitnehmen. Item Buffer. So. Oh, das ist aber ein gutes Stück. Hm. Und das wird glaube ich, das ist das End hier. Ja, Sky. Steht ja auf der Map. Weiß das nicht. Ja, guck mal, auf der Map steht das da. Vorsicht, lass mich bitte erst vorbei. Ich hab auch ein paar Blöcke gerade. Ich hab noch diese komischen 10... Äh... Laftech-Blöcke. Lass mich erst mal diese Blöcke verbrauchen hier, die ich hab. Wo ist der Redstone? Hast du die Redstone rausgenommen? Das ist kein Redstone, das ist ein Herz. Das war ein Herz, okay. Ein Herzstück. Immer noch. Ich will eigentlich einen Big Button an den scheiß Diamantblocks setzen. Ich weiß nicht warum. Ich das Bedrängnis da dran hab. Ich glaube, das kann auch haben, dass das ein Port-Teil ist. Darf ich? Ne, warte erst mal. Zu spät, ich hab gedrückt. Nichts passiert. Hardcane ist sonst zwei Bags. Ähm, ja. Aber ich bin der Meinung, da war auch eine Redstone-Schaltung dahinter. Willst du einen Back haben? Mhm. Da. Dankeschön. Ich teile ja. Toll, was hab ich denn? Deswegen... Frank. Ich hab jetzt ein Wood-Shield bekommen. Kann auch, wie man die auswählt. Ich hab so eine komische Pfanne bekommen. Hehehe. Warte mal, wenn du saß dahinter ist ne Redstone-Schaltung. Da muss es gehen. Lass uns doch... Ja, ich bin der Meinung. Ich hatte das Ding auseinander gepflückt. Weil ich lange Weile hatte. Hier hinter ist irgendwo ne Redstone-Schaltung. Ja, wo muss der Wood-Nist-Stone? Geil, alle Knöpfe. Ja. Was hatten wir denn noch für Quest? Pekse. Ja, alles klar. Das ist... Unlocked Inside. Das ist dafür... Das ist dafür... Sprequits. Gibt's natürlich auch wieder. Wir müssen erst mal die erste Quest irgendwie machen. So. Unforced. Concentrate. Check die nicht ganz. Taste, ja. Ja, aber wo kriegen wir denn? Ach. Ne. Ich muss nur sagen. Ich kann hier erst mal stehen. Ja, jetzt so weit. If only. Dei. Niceee. Was? Weißt du warum wir dir die Pappkits aufhaben ne? Oh. Scheiße. Ainderman. Klingt diese dämlichen Blöcke hier auch. Ich weiß, dass da eine Schaltung hinter ist. Okay. Hm. Ja, man findet die Schaltung sehr, sehr schnell. Nein, da ist Obsidian drunter! Oder Padfog! Nooo! Ach nee. Hat er extra gemacht. Pass auf, jetzt ist das hinter dem, wo du gebaut hast. Jetzt müssen wir aber kloppen hier. Ich will mal den unter dem Block wegmachen. Warte mal zu zweit, geht's schneller. Ja, scheint so. Klopp. Ich hab hier drüben noch einen Button. Oh, da ist das hinter seinem Schild. Ist das Ding überhaupt ab? Ja. Nö. Ich sehe das mit der Quest auch nicht. Was ist das überhaupt mit den Büchern, die hier drin liegen? Sind das Questbücher, irgendwie? Ah, das ist Questbücher. Nein, diese leuchtenden. Warte mal. Nö. Nö. Alles denn? Ähm, to start the map simple. Place the button on the diamond block and press it. Good luck. Ja. Konnte man HQM nochmal anmachen? Nö. Nö. Was ich mir ja schon fast gedacht habe. Aber warum geht das nicht? Weil du hier vielleicht den Spawnpunkt gesetzt hast. Kann das möglich sein? Äh, glaube ich nicht. Ähm. Lieber dir an meinem Block, du möchtest du bestimmt mit einem kurzen... Ich kann den nicht zerstören, oder? Ah doch. Nö, der geht doch nur kaputt. Ist egal, wir haben noch einen Satzblöcke. Warum müssen wir eigentlich immer die Welt immer auseinander nehmen? Und den eigentlichen Drang dazu. Ja. Redstone ist da. Aber er macht nichts. Ich geh gleich hier in einem Modus und zerstör diesen komischen Block. Weil ich seh auch nichts. Ich seh da... Redstone, und dann sind was hinter Repeater. Vier Ticks. Ein Tick. Hä? So. Dann ist das Ding auch an. Aua. Ups. Jetzt komm ich da nicht ran. Warte mal, wir machen das auch mal wieder heil. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab den HQM angemacht. Vielleicht ging das deswegen nicht. Den Hardcore Modus. Hardcore Modus. Ui. Cheater. Irgendwie. Wir haben ja eine Viertelstunde jetzt schon nichts geschafft. Genau. Bis gleich, leute. Ciao. Vielen Dank.